. Freunde, wir sind gleich da. Dieses Schloss ist ja riesig. Ja, das ist mein neues Zuhause. Ryder, ich hab deine Bälle und deine Schläger mitgebracht. Prima, bringen wir alles rein. Hopp! Warte, Sky, ich helf dir. Danke, Marshall. Ryder, ich hoffe, du fühlst dich hier wohl. Wuff! Wir müssen zurück ins Hauptquartier. Danke, dass ihr mir geholfen habt, Freunde. Gern geschehen. Wuff! Ich bring den Koffer ins Schlafzimmer. Hier gefällt es mir. Oh je, überall Staub und Spinnweben. Morgen muss ich hier sauber machen. Hä? Aber jetzt ist es Zeit zum Schlafen. Hä? Das ist sicher nur der Wind. Oh. Hä? 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 Das hab ich wohl geträumt. Hm. Warum ist es hier auf einmal so heiß? Ah! Hier passieren merkwürdige Dinge. Also, ich hab im Kamin kein Feuer gemacht. Was geht hier vor sich? Ich muss den Welpen Bescheid geben. Ryder, was ist denn passiert? Seht ihr das denn nicht? Ich seh nur, dass dir die Bücher runtergefallen sind. Wuff! Die Bücher sind von alleine auf den Boden gefallen. Ah! Das gibt's doch nicht! War das etwa ... Ein Geist! Schnell weg hier! Ich komme mit! Hey! Wartet auf mich! Ich hoffe, der Geist findet uns hier nicht. Freunde, wo seid ihr denn alle? Oh, hallo! Hast du denn keine Angst vor mir? Nein, ich glaube, du bist ein netter Geist. Ja, natürlich bin ich nett. Jungs! Jungs! Kommt her! Hä? Warum hast du mir solche Angst gemacht? Ich wollte doch nur spielen. Aber alle fürchten sich vor mir. Wir können ja Freunde werden. Wirklich? Oh ja! Toll! Wuuuuh! Wuuuuh!